Herzlich Willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal und heute die Partie Deutschland gegen Ungarn ja also ich hoffe dass die deutschen hier wieder so abgeben wie gegen Portugal also wenn großen mitspielt dann denke ich mal schon dass das Tore fallen werden ich hoffe nicht für Ungarn und da würde ich sagen wir starten direkt mal in die erste Halbzeit und los geht's ja also mein tipp wäre ein 3 0 für die deutschen vielleicht macht der großen es wieder ein tor das würde ich ihm gönnen wenn er überhaupt spielt er war ja glaube ich angeschlagen ins spiel gegangen und später dann ausgewechselt worden aber naja so wir haben hier das tschechen logo als shiny oder nächste schon finland shiny oha da haben wir hier die ukraine mit busch buschan keine ahnung haben wir bails mit gerwood bale und england mit rice ok im ersten sticker tütchen wagt nix so jetzt hoffe ich auf das zweite sticker tütchen wir haben hier polen mit glich haben wir dänemark mit schmeichel aber hier belgien mit hazard also torgen hazard dann haben wir die slobakei mit rusnak rusnak und dann haben wir nochmal wales mit morel und das war es mit der ersten halbzeit also wieder 00 hier gut erste halbzeit ist mir das egal so ich hoffe dass jetzt in den letzten zwei sticker tütchen eins von den beiden hier drin ist betet und da würde ich sagen wir gehen in die zweite halbzeit so und ich hoffe dass ihr in der zeit hier mal eure tipps in die kommentare schreibt so wir haben lucas hernandes für die frankzosen haben wir die türkei mit tufan und ünter dann haben wir kroatien mit perisic und gramaric so dann haben wir hier spanien mit torres und wales mit williams das sieht ganz schlecht aus hier komm bitte komm bitte 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 und wenn es ein ungarner ist es mir egal ich will nur kein 00 haben so wir haben hier belgien als jubel sticker dann haben wir hier polen als logo shiny sticker dann haben wir hier die tschechen mit kufall und zeluska dann haben wir die ukraine mit carafev oder carafev und wales mit matondo und das heißt es ist 00 ok muss ich hinnehmen tut mir echt leid also ich kann ja auch nicht in die tütchen gucken was da drin ist oder ich mache jetzt so weiter aber das ist ja auch scheiße ich habe es ja in den anderen oracles auch nicht so gemacht dass ich so lange ziehe bis ein deutscher oder ungarner da ist ihr könnt ja mal die kommentare schreiben ob ich das beim nächsten mal machen soll also ab dem ab dem achtelfinale schreib es hier unter die kommentare ob ich beim nächsten mal wenn es 00 ist solange weitermachen soll bis einer trifft oder nicht ja da würde ich sagen bis zum letzten oracle heute sehen wir uns wieder und dann würde ich sagen haut rein und tschau